Hallo, wir sind hier in der Tischlerei Uwe Kleindienst in Berlin-Hohenschönhausen und wir färten hier in unserer Tischlerei in ein Zweimann-Team hochwertige Möbel und Inneneinrichtungen für den privaten wie auch gewerblichen Anwender. Also alles, was mit dem Spektrum Möbel zu tun hat, planen wir, entwickeln wir und fertigen auch hier selber und montieren dies auch. Mit der Planungssoftware EMOS wird ein digitaler Entwurf gemacht über CAD und mit dem 2D-Entwurf werden Vorabstimmungen getroffen für den Auftrag. Ist dann der Auftrag erteilt, dann geht es direkt daran, ein 3D-Modell zu erzeugen, wo dann halt Materialien, Kanten, Beschläge hinterlegt sind. Inzwischen haben wir es sogar so weit, dass wir die Stichsäge zu Hause lassen können, weil wir alle Anpassarbeiten, die 98% der Tischler vor Ort dann machen, können wir digital aufmessen und in die Werkstatt verlagern. Von EMOS setzen wir die Softwarekomponenten ein, das iX 2019 aktuell. Aus dem EMOS-Organizer werden sämtliche Stücklisten erzeugt und über den iX-CAM von EMOS erzeugen wir dann sämtliche Maschinenprogramme für den Arbeitsablauf in der Fertigung. Über den iX-CAM von EMOS haben wir aktuell die optimalsten Möglichkeiten, die idealste Auflage und die idealste Abfolge der Bearbeitung für einen Teil zu erzeugen. Die Digitalisierung ist eigentlich gerade im Bereich Qualität ein sehr wichtiger Punkt und dadurch können wir eigentlich durch den Fortlauf des Workforce können wir eigentlich sicherstellen, dass die Zuschnittslisten, dass die geführten Zuschnitte, dass die Kanten, also dieser komplette digitale Durchlauf, dass der eigentlich dazu führt, dass alles optimal an jeder Stelle dort sitzt. Will man auf dem Stand optimal und wirtschaftlich arbeiten, dann kommt man an der Digitalisierung mit einer ordentlichen Planungssoftware eigentlich nicht vorbei. EMOS für mein Unternehmen ist eigentlich die Grundlage, auf der wir hier diesen Betrieb so betreiben, auf dessen Grundlage wir die Technik betreiben und auch gerade bestimmte Projekte wirtschaftlich machen und diese immer komplizierter werdenden Arbeitsabläufen und Bearbeitung der Teile, das können wir eigentlich mit EMOS optimal bewerkstelligen. Inzwischen nutzen wir dieses Programm seit 22 Jahren und ich kann sagen, das hat sich gelohnt und auch gerade die Zusammenarbeit mit EMOS ist optimal gelaufen und eigentlich immer auf einem partnerschaftlichen und auf einem fairen Niveau. Hou스트-Überstelle oh du Untertitelung des ZDF für funk, 2017